... wenn ich bezahle. Ich habe ihn noch nicht gesehen heute Abend. Ich habe auch noch keine Meldung gekriegt, ob er da ist. Ich hoffe, er kommt rein jetzt. Ich bitte. Oh, ich höre was. Es ist der absolute Wahnsinn. Er kommt wirklich, und das auf seiner Maschine. Ich hätte es im Traum nicht so möglich gehalten. Hier, der. Mein lieber Peter, ich bin überglücklich, dass du es wirklich wahrgenommen hast, auch für 30 Sekunden bei uns aufzutreten. Das wird in die Geschichte des Hauptkammerkaterwalds eingehen. Ich bin supergelebt. Herr Rolf, ich freue mich, dass ich heute Abend hier bei euch sein kann. Ich habe in einer Produktion gesteckt, bis 5 Minuten vor 8. Wir haben Tabaluga. Du kennst diese Produktion Tabaluga. Die 28. haben wir aufgenommen. Nach dem Motto, auch du kannst nicht ewig leben. Ich bin gerade rechtzeitig nach Hause gekommen, um noch mit dem Motorrad hierher zu fahren. Es war tierisch voll draußen vor der Tür. Ich habe es geschafft. Ich freue mich, hier zu sein. Ich wünsche euch gerade einen guten Abend und viel Spaß. Ich muss gleich noch sagen zu den 30 Sekunden. Meine Band ist heute Abend nicht dabei. Ich habe es gerade geschafft, noch selbst zu kommen. Meine Jungs liegen alle total im Geldfieber. Ich allein bin heute hier. Ich hoffe, ich kann euch genüge tun und wünsche euch viel Spaß. Du hast mich vorhin gefragt, was für ein Lied wirst du singen. Ich habe mich entschlossen, ein Lied zu singen, was wir vor langer Zeit einmal geschrieben haben. Aus Verärgerung darüber, dass heute immer noch viele Menschen nach ihrer Alkoholfahne beurteilt, verurteilt werden. Wir haben ein Lied darüber geschrieben und das heißt Auszeit. Wir haben ein Lied darüber, dass heute immer noch viele Menschen und dann plötzlich torpelt er, der Schnaps hatte Milliardenwolle. Und durch die Gurke schießt, wie so hoch bis zum Satzung. Und dann kommt es hoch, doch wo bleibt der Mensch, der sich daran freut. Und dann kommt es hoch, doch wo bleibt der Mensch, der sich daran freut. Und dann kommt es hoch, doch wo bleibt der Mensch, der sich daran freut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020